Hallo, da sind wir wieder. Jawohl, kannst du wieder aus der Ecke rauskommen, ja. Und jetzt haben wir hier das zweite Ding, der zweite Kanal, Hallebo. Ach du Scheiße, fünf Eigenschaften. Plünderer, was ist denn das? Höhe die Menge an Altmetall, die du aufhebst. Okay, ich sollte vielleicht mal Schirrgackenton, die Kopfhörer gar nicht auf. Die sind jetzt kaputt. Die falschen Kopfhörer auf, ach du Scheiße, jetzt halt, ich denke, wir schär nichts. Gibt es das? Was ist denn da? Sie sind da hin? Ja, fast. Okay, drei Fächer. Warte mal, Moment. Mädchen. Ah, aha. Ah. Aha. Warte mal, Moment. Den haben wir aber schon gemacht, oder? Den haben wir noch nicht gemacht. Weißen Sie das jetzt? Auf. Scheiße. Der Schrecken der Kanalisation. Wow. Ach du Scheiße, ja. Das wird warten, wenn ich wieder nichts suche. Hallo. Hallo, ja. Flutung, ja. Ach du Scheiße, da komme ich ja gar nicht dazu. Fahrtbeunen, das ist das. Wow, 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 wow. Das wird heftig. Ich komme gar nicht dazu, auf den zu ballern, ja. Ja. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Ach du Scheiße, ein Teleportierender. Also, da aner. Wow. Wow. Okay. Wow. Oh, ich bin verseucht, Blutung. Blutung, Alter. Verseucht. Was ist denn der jetzt? Ach, du Scheiße. Blutung. Wo ist denn der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist er bitte? Wo ist er dann? Der Knallkopf. Sehe ich, ne? Der Drecksvieh. Dreckiges. Da ist er. Lauf. Nimm noch so herz. Ja, ich weiß. Wo ist der, wo ist er? Scheiße, du Mistvieh, du dreckiges. Schattenholz. Wieder was zum... Das ist ja, das kannst du laut sagen, Mädchen, ja. Los, jetzt blenden die mir doch die Scheiße heute unten her. Du Scheiße. Jetzt will ich aber auch noch wenigstens das Gebiet abgrasen. Boah, keine Munition. Muss ja noch einiges doelige. Kiste weißen. Muss das Zeig jetzt doelige, ja. So ein... What? Ach so, da könnte man herkommen sein. Verlassen. Einsam und verlassen. Das war also nur ein Vorgeschmack. Das hätte ich mir ja auch denken können, ne? Aber, wie gesagt, denke ich... Die soll mir die Pferde überlassen. Die haben die größeren Köpfe. War's das jetzt? Ah, nee. Ach gut, nee. So, Moment mal. Da sind wir hergekommen. Dann gehen wir raus, so, ne? Sind wir noch? Dramatische Musik. Da gehen wir nicht raus. Warum, ne? Hallo? Sind wir zu tief, ne? Wir müssen nach oben. Es leuchtet grün, irgendwas, so, oder? Was das auch immer sein mag. Was, hier geht's raus? Was? Tatsächlich. Ah, Kiste. Dann bin ich da vorbeigelaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, jetzt sind wir hinter der Mauer. Okay, jetzt mache ich ein Cut. Okay, bisschen. Okay, jetzt mache ich einen Cut. Vielen Dank.